Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer anderen Folge von Let's Play. Bioshock, Frühclub Edition. Äh, ich weiß nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren, es ist so Ewigkeiten her. Ich glaube, hier waren wir auch schon, oder? Ich bin der Meinung, hier waren wir schon. Nee, gar nicht, oder? Waren wir schon? Ich hab keinen Plan, Leute. Es tut mir leid. Geh weg! Geh weg! Okay, und ich hoffe, ich übersteuere nicht. Ich hoffe, es ist alles okay mit dem Sound. Ähm, ich hatte ja eigentlich ein wenig rumprobiert bei 60 Seconds, was den Sound angeht, etc. Allerdings hab ich mir gedacht, nee. Ja, 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 ja. Nice. Ähm, ja, ich hatte ja ein bisschen rumprobiert, was den Sound angeht, etc. Das Mikrofon ein bisschen weiter weg zu klatschen, aber ich hab mir das doch anders überlegt. Und, deswegen, ja, hab ich das Mikrofon jetzt wieder näher bei mir dran, aber es geht trotzdem noch relativ. Fühlt, dass ich mich relativ frei bewegen kann, etc. Dass es jetzt nicht direkt vor meiner Fresse ist. Also, relativ schon, aber es geht eigentlich. Ähm. Das alles geht mir total auf den Sack. Wirklich alles. Ach, ich bin mir sicher, wir sind schon fast aus dem Gräubsten raus. Ja, bestimmt. Ein Scan zeigt eine an. Alles klar, na los. Äh, ja. Wie gesagt, ich hoffe, ich übersteuere nicht. Ich hoffe, es alles fehlt. Äh, wenn ich übersteuern sollte, dann werde ich das bis zum nächsten Part nochmal ein bisschen leiser drehen. Alles. Äh, ja. Ich hatte aber ein paar Testaufnahmen gemacht und hab dann in meinem Mikrofon geschrien und die rote Leiste ist ausgeschwungen. Ausgeschwungen? Ausgeschwungen? Weiß nicht. Ähm. Aber die Übersteuerung war trotzdem nicht da. Das heißt, eigentlich, wenn ich den roten Bereich übersteigen sollte, sollte es nicht wirklich übersteuern. Schätze ich jetzt einfach mal. Ja. So, wir haben was Neues hier. Ladung freischalten, machen wir. Wir werden es eh nicht nutzen, aber egal. Ne, wir haben die Schrotze. Äh. Ich wollte die Waffe da unten jetzt nicht auswählen eigentlich, aber okay. Ja, ein bisschen Munition kaufen. Ja, ist fit. Okay. Oh, wir haben noch was Neues. Achso, ne, das war Skillshots. Alles klar. Ja, die gucken wir uns jetzt nicht unbedingt an. Wir haben Kunden. Dann erzähl ihnen mal, was wir im Angebot haben. Ja, ich muss ja gedrückt halten zum Visieren. Habe ich den jetzt getroffen? Ich weiß es nicht. Oh, das ist ein fetter. Okay. Ja, Mann. Easy. Hey. Na? Als ob du nicht tot bist. So. Okay. Ja. Wundert euch nicht darüber, wenn ich jetzt wirklich nicht so viel rede. Ich bin immer noch nicht ganz wieder drin in diesem ganzen Ding. Mit der zwei Wochen Pause etc. Ist halt ein bisschen doof. Aber, ja, ein bisschen Stimme schon und so muss ich auch noch, weil ich halt wie gesagt noch nicht ganz so fit bin. Alter. Ähm. Aber ich hoffe, das legt sich jetzt demnächst wieder. Bullet Storm habe ich ja in 60 Seconds auch schon erwähnt. Äh. Wenn der Part schon online ist. Ne, der ist noch nicht online. Wenn ich den hier hochlade. Ähm. Ja, Bioshock ist ein bisschen pausiert. Dadurch, dass ich halt noch keine Streams machen möchte. Weil es mir dafür halt noch nicht so gut genug geht. Aber Bullet Storm ist halt schon wieder ein bisschen drin. Gerade, weil ich da nicht so viel reden muss. Oder nicht die ganze Zeit reden muss. Komm schon, ich treffe nicht. Danke. So. Okay, Moment. Ich hab ihn immer noch nicht. Nur den da. Danke. So. Da ist die Waffe. Da ist die Waffe. Ah ne, das ist der Granatwerfer. Ja, ne, den will ich doch nicht. Ich dachte, das ist die schöne Minigun. Aber leider nicht. Hab ich ihn? Ich hab ihn. Okay. Ja. Im Aim bin ich immer noch nicht gut. Hat sich nichts geändert, Leute. Hat sich nichts geändert. Äh. Ja, wie gesagt. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich nicht so viel reden kann. Oder nicht so viel rede. Oder nicht weiß, was ich sagen soll. Etc. Es tut mir leid. Aber, wie gesagt. Ich weiß halt erstens nicht, was ich reden soll gerade. Des Weiteren muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Auf meinen Aim. Und. Ja. Äh. Ach da. Wo kommst du denn hier? Hm. Äh. Ja. Was wollte ich sagen? Moment. Äh. Wo müssen wir denn lang? Hier unten oder nicht? Ja. Okay. Ja. Nein, doch nicht. Hä? Wir müssen uns ein wenig... Ich muss mich ein wenig konzentrieren. Aber wir müssen hier rein, oder? Oder? Nee. Hä? 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 Von hinter uns ist noch ein Gegner. Von hinter uns, ja. Von hinter uns. Gutes Deutsch. Gutes Deutsch. Fischke, mach dich nützlich und verschaffe uns Zusatz in den Zug. Jetzt können wir da rein. Ah. Gut verstanden. Hör auf rumzuhallen. Aber wie gesagt, ich hoffe, ich übersteuere nicht, Leute. Ich hoffe, ich übersteuere nicht. Die Deckung. Du was für dein Geld und gib mir Feuerschutz. Kommen Sie. Oh Gott. Nummer 1. Und Nummer 2. Oh, noch ein dritter. Okay. Okay, der ist aber auch gleich down. Muss er auch, weil sonst bin ich gleich down. Oh? Äh, von wo? Oh, lol. Von da unten. Okay. Ist okay? Geh weg. Geh weg. Alles gut? Nee, da ist noch einer. Nee, das ist Ischi. Hä? Warte da. Komm schon. Ich hab dich getroffen. Komm, jetzt hab ich aber langsamer alle. Mann, du bist tot. Danke. So, alles fit? Nein, das ist noch mehr. Okay. Loh. Das war nicht gut geaimt. Oder ein bisschen zu spät geaimt. Der war gut. Der war gut. Der war... Ich dachte gerade hinter mir war einer, weil ich auf einmal einfach rückgärts stocken geblieben bin. So. Moni. Voll. Okay, mehr kann ich nicht. Alles gut. So. Ja, wie gesagt. Ich hoffe, ich übersteuere nicht. Ich hoffe, es ist alles fit. Ansonsten muss ich mich halt nochmal ein bisschen leiser stellen. Für den nächsten Part. Scheiße. Da kommt wer. Scheiße. Okay, der ist tot. Oder aim. Oh Gott. Oh Gott. Geh weg. Ich muss erst mal die kleinen Viecher hier, sag ich mal, wegklatschen. Oder sterben. Das geht auch. Sterben ist auch okay. Oh. Habe ich gar nicht drauf geachtet gerade. Okay, ich muss die kleinen Viecher wegklatschen, damit ich den großen mit der Peitsche treffe. Weil ansonsten visiert die Peitsche halt die kleinen an. Was halt nicht so nice ist. Jetzt habe ich meine Punkte ja wieder, ne. Okay, ich muss diese Punkte erst mal wieder in meine schöne Muni hier investieren. Ja, komm. Das war's eigentlich. Ups. Einmal zu viel. Escape gedrückt. Feindliche Verstärkung trifft ein. Oh. Links. Affen scheiße. Okay. 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 Geh weg. Okay. Noch ist alles fit gerade. Geht gut von uns starten hier. Noch nicht viel Damage kassiert. Oh, gar kein Damage sogar. Ja, aber gleich. So, diese kleinen hier müssen weg. Ein bisschen eingeengt, du Scheiße. Okay. Okay. Was, du bist nicht tot? So, jetzt aber. Hui. Alles klar. Aber war ein bisschen knapp. Okay, nicht so. Ja doch, doch. Ein bisschen vielleicht. Was für eine elektrische Operation hat die Idioten hier unten eigentlich durchgeführt? Das ist kompliziert. Wir mussten den Ernst der Lager abschätzen. Eine sichere Zone einrichten. Ich will ja nicht nölen, aber wenn euer gesamtes Final Echo Squad diese Spinner nicht unter Kontrolle bekommen hat, seid ihr echt scheiße. Die Skies und Creeps hatten wir im Griff. Aber sie sind bei weitem nicht das Schlimmste hier unten. Ach was, dann verrat uns doch, was hier unten das Schlimmste ist, Schwester. Wir nannten sie Burnouts. Sie sind komplett mutiert. Wenn wir einen sehen, wirst du es wissen. Na großartig. Einfach fantastisch. Da kann ich mich ja glücklich schätzen. Oh ne. Das geht nicht, okay. Sicher? Okay. Okay. Ja. Sie kommen. Sie kommen. Sonst kommen sie immer wieder Okay Holy fuck moly So geht's wieder? So ist es okay? Kann ich leben? Nein, kann ich nicht Ja Bin ich auch Oh, warte So, gibt's hier bitte eine Versorgungskapsel oder so? Bot Ein, 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 ein Nachrichten-Bot Wir brauchen die Ladung dafür nicht Äh Muni 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 Ihr seid über viele! Ihh Lul! Okay Okay Noch mehr und Leute Okay Konzentration, Leute Es tut mir leid, wenn ich so still bin Aber hier konzentriere ich mich doch ganz schön Gerne so Nachladen Nachladen Okay 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 Habe ich alle? Nein, immer noch nicht Ja, jetzt aber Ach, da hinten sind noch Mälder, wie viele sind die denn? Okay Okay, jetzt aber Okay, jetzt aber Oder Noch mehr Noch mehr Ach, komm schon, du willst mich verarschen Ah, komm schon, du willst mich verarschen Alles Alles fehlt Mehr brauche ich nicht Ich brauche nur die drei Waffen, Leute Ich brauche nur die drei Waffen Dann ist alles fehlt Lul Wo kommst du denn her? Hinter uns? Oder irgendwo? Ne, ist hier nichts Niemand? Doch da Okay Okay Komm Komm Mach rein Yes Das ist Wir feiern eine mörderische Party. Ich bin Gastgeber. Wir haben dafür sogar ein Achievement bekommen. Das heißt Hackfleisch. Und ich weiß, wie ich diesen Part nennen werde. Einfach Hackfleisch. Einfach nur Hackfleisch. Nein, irgendwas hat das ausgelöst. Irgendwas Großes. Hast du vielleicht eine Ahnung, Trishka? Ich habe eine Vermutung. Ich hoffe nur, ich irre mich. Aber gut, Leute. Das war es erst mal mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewerte den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.